Dieser Seat Leon steht hier zum Verkauf. Der silberne Kombi ist fünftürig und bietet Platz für fünf Personen. Der Kilometerstand des Fahrzeugs liegt bei weniger als 168.000 Kilometern. Die Erstanmeldung war Anfang 2015. Der Kombi besitzt zahlreiche Ausstattungsdetails wie ESP, Xenon-Scheinwerfer, Physiofix, Kindersitzbefestigung, Navigationssystem, Partikelfilter und noch vieles mehr. Unter der Haube gibt der äußerst sparsame Diesel eine Leistung von 105 PS an das Automatikgetriebe ab. Der angegebene Verbrauch liegt bei nur 3,9 Litern pro 100 Kilometer. Kontaktieren Sie uns. Wir beantworten gern Ihre Fragen.